Man sagt ja, wenn die Welt untergeht, besser in Wien sein, weil da dauert es länger. Aber bevor mein Lieblingscafé untergeht, weil keiner mehr kommt, kommt sie. Das müssen wir verhindern, weil ohne Kaffeehaus brauche ich die Welt auch nicht mehr. Ein Kaffee kann den Tag retten, zwei vielleicht das Kaffeehaus.